Name? Helene Würzig. Kinder? Nein. Wir müssen die Nichten sein! Es tut mir leid, aber wir haben geschlossen. Geschlossen? Aber Sie sind doch hier. Komm, wir wollen uns näher verbergen. Leben liegt in aller Herzen. Wie in Särken. Mein erster und mein letzter wirst du sein. Du musst ihn endlich vergessen. Der hat gefragt nach dir. Mehrmals. Helene, ich kann dir eine Arme was besorgen. Ich werde dich ab jetzt Alice nennen. Wo ich herkomme, jetzt sieht man sich die Geschichte der Mittagsfrau. Wenn sie kommt aufs Feld in der Mittagshitze, muss man mit ihr sprechen, so heißt es. Sonst wird man verrückt. Was bist du nur für eine Mutter? Vater sagt, dass du ein blindes Herz hast. Aber das glaube ich nicht. Als Mutter deines Kindes habe ich das Recht. Du hast kein Recht! Vater sagt, sie soll keine Angsthase sein. Er kann mutig sein, wenn er die Angst nicht kennt. Break the chains. Take the leap. Break the chains. Ich bin Alice Ebersch. Ich bin Alice Ebersch. Ich bin Alice Ebersch aus Dresden. Take the leap. Alice! Ich bin Helene Brussi. Bei mir. Bei mir. Du bist so mit ja … Hö.